Oh, Herr Doktor, Herr Doktor, es ist ein Nötfall. Ich glaube, mein Hund erstickt. Der hat einen Bräuterknochen gefressen und hat also nach Luft gejagt und einen Schaum von Maul bekommen und sie töten doch, was Herr Doktor Töte doch heißt. Tut mir leid, aber Sie kommen viel zu spät. Wir haben, bitte das doch nicht wahr sein, bitte Snoopy, bitte Snoopy. Warum sind Sie nicht schon früher gekommen, he? Es ist früher gekommen, zuerst war die Mauerfall, dann war die Oderflut und dann haben wir es noch den U-Bahn verpasst. Naja, aber...